Liken, bewerten und Abo dalassen. Das sind jetzt eure Aufgaben. Servus und willkommen zurück in der Bundesfirmanstadt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einer Review zu einem Film, der, wie ich finde, auch völlig zu Unrecht, irgendwie so ein bisschen unterm Radar läuft. Ich persönlich habe ihn auf jeden Fall nur überhaupt nicht gekannt, bis mir ein lieber Zuschauer und Freund ihn empfohlen hat. Und die Rede ist hier von Scare Package. Scare Package, das ist ein Anthology-Film aus dem Jahr 2019, ein Horror-Fun-Splatter aus dem Jahr 2019 mit insgesamt sieben Geschichten von unterschiedlichen Regisseuren, ja, und die alle so sich, ja, im Endeffekt eine Hommage sind an die Horror-Filme und die Horror-Themen der 80er Jahre. Und das fand ich so interessant, dass ich mir den gleich geholt habe und mir gleich angeschaut habe, weil ich mag halt generell Anthology-Filme. Das heißt halt sowas wie, ich weiß nicht, Katzenauge, Creepshow, All Hallows Eve, The Marjory, was gibt es denn noch, Tales of Halloween, ich habe keine Ahnung, es gibt so, so viele ABCs of Death, keine Ahnung, es gibt wie viele Horror-Anthologies, ja. Und die meisten davon mag ich sehr, sehr gerne, diese Idee, dass ich einfach mehrere Geschichten in einem Film habe, oftmals eingesponnen in eine mehr oder weniger sinnvolle Rahmenhandlung. Ich muss einmal schnell einen Schluck Kaffee trinken, ich habe schon wieder einen Frosch im Heus. Also eingesponnen in eine mehr oder weniger sinnvolle Rahmenhandlung. Mir gefällt sowas einfach sehr gerne. Und der ist tatsächlich gut und ich mag den. Und ich erzähle euch heute ein bisschen was darüber. Worum geht es da? Also bei Scare Package, das Ganze spielt sich in einer quasi Videothek ab und wir haben da den Videothekenbesitzer und da sind Kunden mit drin und der Mitarbeiter von ihm, ich glaube, der hat den erst frisch eingestellt oder was. Und der, ja, und die kaspern da halt rum und erleben da halt verschiedene Geschichten in Form von, das gibt dann immer so Überblendungen, dass auf irgendeinem Bildschirm in der Videothek läuft dann irgendwas, läuft dann der Film und da wird man dann wie so reingezogen in diese Story von dieser jeweiligen Episode, die in dieser Videothek quasi spielt. Und alle diese Episoden, ja, ich will euch da jetzt nicht groß spoilern, um was es da geht, aber alle diese Episoden haben mit den diversen Horror-Subgenres vor allem halt der 80er Jahre zu tun. Und da gibt's dann Episoden, da geht's um Serienkiller, also klassische Slasher-Themen oder Bodymeld und so Bodyhorror-Geschichten und sowas. Also da ist ganz, ganz viel dabei, was man halt kennt früher aus den aus den glorreichen 80er Jahren, aus den glorreichen Videothekenseiten, ja. Und auf dem ist halt dieser ganze Film aufgebaut und gegen Ende werden dann auch unsere Protagonisten aus der Rahmenhandlung selbst in einen Horrorfilm praktisch hineingeworfen, mehr oder weniger, was ganz großartig ist. Und diese ganzen Episoden, wie gesagt, ohne jetzt da aufs Detail einzugehen, worum es da jeweils geht, wenn ihr wisst, was in den 80er so an Themen interessant war, dann wisst ihr auch, um was sich die jeweiligen Episoden drehen. Kann man bloß eines sagen, das ist dermaßen großartig, gemacht. Ich finde, der Film ist vor allem sehr witzig und zieht halt viele Filme so ein bisschen liebevoll, sage ich mal, liebevoll durch den Kakao, ja. Also wir reden hier wirklich von einer, im Endeffekt ist das Fun-Splatter. Wir würden jetzt wirklich schon in den Bereich Fun-Splatter reinpacken, denn Scare Package ist, ja, der FSK 18 ankert, ist sehr blutig. Meine Güte, geht's da ab? Natürlich wird hier mit Sicherheit die FSK bewertet haben, dass der Tenor des Films eher auf der lustigen Ebene stattfindet und das nicht ernst zu nehmen ist. Das ist es nämlich auf keinen Fall. Ja, aber dadurch haben wir sehr, sehr viele, sehr, sehr blutige Effekte, ja. Handmade, ja. Und ich sag bloß, wie gesagt, wir haben eine Episode dabei, wirklich mit so Bodymelt-Szenen, die einfach nur super sind. Man sieht das und bricht in Jubelstürme aus. Wirklich. Du siehst das und es ist so absurd und so geil gemacht und du brichst in Begeisterungsstürme aus. Wir haben auch Episoden dabei, die sind da ein bisschen weird und du denkst, was ist denn jetzt das viel Scheiß, ja. Haben wir auch dabei. Aber ganz insgesamt macht das unfassbar viel Spaß, das zu sehen. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, gestorben zu werden in diesem Film. Ja, das ist, also man hat alles einfach, die ganzen Highlights quasi aus den 80er Jahren da in diesen Film reingeschmissen und gesagt, hier, ihr habt ja einfach, ihr habt ihr einfach alles, ja. Viel Spaß damit, ja. Mit, es werden halt auch sämtliche Klischees erfüllt von sämtlichen Figuren. Das ist klar, das ist alles ein einziges Horror-Klischee, was da an die ganzen Rollen dran liegt. Die Schauspieler sind gut, die haben das so toll gespielt, es macht so viel Spaß, denen zuzuschauen. Ich glaube, die hatten bestimmt auch selber sehr, sehr viel Spaß, den Film einfach zu machen. Das ist toll inszeniert, auch optisch schön gemacht und wie gesagt, man hat halt alles, das ist nichts mit ekelhaften CGI, wo sie sagt, wie schaut denn das aus? Nein, das ist genau so, wie auch damals halt Filme gemacht werden. Und das macht Scare Package natürlich zu einem hervorragenden Gesamtpaket. Sieben Episoden vollgepackt mit Wahnsinn aus den 80er Jahren. Es ist einfach nur herrlich und mir ist nicht bewusst, wie dieser Film so lange Zeit an mir vorbeigehen konnte, weil ich finde, dass Scare Package definitiv einer der besten Anthology-Filme gesehen ist, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Und das Ding ist wirklich was, das ist was für die Halloween-Party oder so. Oder einfach nur halt, ihr hockt zusammen mit Kumpels zusammen, trinkt ein, zwei Bier und haut es euch in den Dreck, ihr lacht es euch tot. Es waren so viele Stellen dabei, wo ich mir wirklich, Alter, wo ich mir einfach gedacht habe, was ist da da los? Oder wirklich ein schallendes Gelächter ausbricht, weil es so wahnsinnig ist und dann wieder coole Effekte kommen und ich denke, boah geil, was ist da da los? Ja, so viel zu entdecken bis zu einem, ja, tollen Finale, das auch einfach cool ist. Auch hier vollgepackt mit Klischees, mit klischeehaften Figuren, klischeehaften Charakteren. Ah, das ist so eine, eine Hommage, wirklich eine liebevolle Hommage an die Horrorfilme der 80er Jahre und macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Scare Package ist meiner Meinung nach eine absolute Partygranate, eine absolute Partygranate. Da werdet ihr einfach super viel Spaß damit haben, ja. Also das ist wirklich, ich würde ihn einreihen in so tollen Filmen wie Tucker and Dale vs. Evil. Ich meine, das ist jetzt kein antholische Film, ist klar, aber rein so von, einfach auf diesem Fun-Splatter, in diesem Fun-Splatter-Bereich, Tucker and Dale vs. Evil, zum Beispiel Severance, ein blutiger Betriebsausflug, ja, die wirklich ja auch grandiose, toll, super unterhaltsame Filme sind. Und Scare Package reiht sich da meiner Meinung nach absolut nahtlos ein. Und ich persönlich würde Scare Package definitiv eine 8 von 10 geben. Der hat mich super gut unterhalten. Ich kann jetzt nicht einmal sagen, dass da jetzt irgendwie groß was dabei gewesen wäre, was mich jetzt super gestört hätte, weil das da natürlich blöde und auch schwachsinnige Charaktere und so weiter dabei sind. Das gehört ja mit dazu. Das muss ja bei Scare Package so sein, ja. rein so von der Thematik vom Film her. Das heißt, das ist ja bewusst so gemacht, dass es so sein soll. Das heißt, das kann man ja dem Film da nicht vorwerfen. Und die Ideen sind klasse. Die Regisseure, alle Regisseure, die hier beteiligt waren, haben einen tollen Job gemacht mit tollen Effekten. Ich bin begeistert. Wenn ihr Scare Package noch nicht kennt, wenn ihr diesen Film noch nicht kennt, dann holt euch den. Schaut, dass ihr den kriegt. Schaut, dass ihr den irgendwie kriegt. Der ist absolut super. Riesen fette Empfehlung. Riesen fette Empfehlung. Für die nächste Halloween Party. Jetzt wird es ja schon langsam wieder Herbst. Da kann man dann schon drüber nachdenken. Also abholen. Scare Package. Super. Das war schon mit dieser kurzen Review. Mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht sagen. Es ist, vor allem ohne jetzt da groß zu spoilern, wenn sie den Film kennt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Mögt ihr Anthology-Filme? Mögt ihr 80er-Horror? Seid ihr da voll am Start? Schreibt es mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ja, ich verlinke euch dann da noch was zum anschauen. Da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es so gemacht habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao und Servus.